So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Christian Puter. Heute soll es so ein bisschen um das Krafttraining im Nachwuchsfußball gehen. Und ja, Christian, ich würde sagen, stell dich einfach mal vor und erzähl den Zuhörern, was du so machst. Ja, mein Name ist sehr gefallen. Ich bin hier in Jena am Lehrstuhl für Sport, Medizin und Gesundheitsförderung. Und habe hier die Forschungsleitung und auch die stellvertretende Leitung dieser Einrichtung zu verantworten. Und bin aus der Ausbildung her, von der Ausbildung her, ein Sportwissenschaftler, der zwei Schwerpunktfelder bedient. Zum einen das Schwerpunktfeld Sport-Immunsystem. Und zum zweiten das Schwerpunktfeld, was mit Schmerzverarbeitung, sensomotorischer Kontrolle, koordinatives Training im weitesten Sinne zu tun hat. Und du hast mich ja angesprochen in diesem Kontext auch, weil du aus deinem vorangegangenen oder einem der vorangegangenen Podcast-Serien einen Hinweis auf die Kings-Studie bekommen hast. Und da ist vielleicht so zur Einordnung mal für die Hörer, die jetzt nicht so mit Wissenschaft zu tun haben, ganz interessant. Und wenn man Forschung machen möchte, dann gibt es die Möglichkeit, das mit Partnern zu machen. Und dann schreibt man gemeinsam einen Forschungsantrag oder Forschungsanträge. Und da gibt es in Deutschland Forschungsförderer, wo diese Anträge gestellt werden können. Zum Beispiel die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Oder wenn es sehr, sehr sportspezifisch ist, das Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Und dieses schreibt, sage ich mal, alle vier Jahre, drei, vier, fünf Jahre, kann man jetzt nicht genau sagen, so Konsortialprojekte aus. Man sagt dazu WVL-Projekte, die im wissenschaftlichen Verbundsystem Leistungssport eine Rolle spielen. Und dort sind mehrere Partner drin. Und wir haben mit der KINGS-Studie dort den Zuschlag bekommen in einem Wettstreit mit anderen Wissenschaftlern und führen diese Studie KINGS Krafttraining im Nachwuchsleistungssport seit mehreren Jahren durch. Und dort drin, in dieser KINGS-Studie, in diesem Forschungsantrag, gibt es mehrere Partner. Und wir sind also ein Konsortium. Und zu diesem Konsortium zählt der Horst Granacher, ehemals in Potsdam, jetzt an der Uni Freiburg. Dann der Diamant des Arampatzes an der Humboldt-Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin. Dann der Bernd Wohlfahrt und der Charité. Und der Michael Kellmann aus der Uni Bochum. Und wir in Jena, in zukünftig wahrscheinlich noch mit einem Projektpartner aus Mainz, dem Mark Pfeiffer. Und wir haben unterschiedliche Schwerpunkte in dieser KINGS-Studie, wo Krafttraining im Nachwuchsleistungssport ein zentraler Aspekt ist. Und bearbeiten dort immunologische Aspekte, Aspekte des sogenannten Concurrent-Training. Das heißt, Kraft- und Ausdauertraining in Kombination, was für Fußball eigentlich häufig relevant oder interessant sein könnte, auch im Nachwuchsbereich. Wir beschäftigen uns über die Arbeitsgruppe aus Berlin, Diamant des Arampatzes mit Muskel- und Sehnenanpassungen. Das ist auch aus verletzungspräventiver Sicht eine interessante Geschichte. Der Bernd Wohlfahrt beschäftigt sich mit verschiedenen Beanspruchungsmodellen aus sportmedizinischer Sicht in der Charité. Und Michael Kellmann in Bochum untersucht mit uns gemeinsam die Anpassungen mittels Fragebogenmethoden, die im Nachwuchsleistungssport, ja muss man sagen, nicht so etabliert sind oder weniger entwickelt sind. Und so haben wir dann mit dem Urs Kranacher zusammen zum Beispiel Fragen zum Krafttraining, zum Concurrent-Training, zur Auswirkung von Krafttraining, zur Verletzungsprävention, die wir in der Studie beantworten. Nun hast du ja schon angesprochen, dass mehrere Personen an der Klings-Studie beteiligt sind. Und es hat ja einen Grund, dass wir beide uns jetzt unterhalten, nämlich hast du dich mit dem Krafttraining im Nachwuchsfußball, so wie ich jetzt informiert bin, auseinandergesetzt. Und da wäre natürlich erstmal für die Zuhörer spannend, wenn du vielleicht nicht zu wissenschaftlich und zu kompliziert, sodass das für die zugänglich ist, erklärst, was ihr da in diesen Studien oder in der Studie genau gemacht habt, mit welchem Forschungsziel ihr da rangegangen seid. Zum einen ist dort ein Ziel, im Nachwuchsleistungssport, im Fußball zu verstehen, dass nach dem Modell, was wir in der Kings-Studie gemeinsam entwickelt haben, was auch publiziert ist, Entschuldigung, zum Nachlesen, dass die sogenannte Peak-Height-Velocity oder der Zeitpunkt des maximalen Längenwachstums, das Stichwort ist biologische Reife, ein wichtiges Moment ist, den im Nachwuchsbereich zu kennen, da in diesem Moment, in diesem Zeitpunkt ein Jugendlicher ein Zeitfenster hat, wo er das größte Längenwachstum hat. Das ist beispielsweise beim Mädchen etwas eher als bei Jungs. Und das bedeutet, dass man eben, jeder kennt das aus seiner Vergangenheit, mal im Jahr plötzlich drei, vier, fünf, manchmal auch mehr Zentimeter wachsen kann. Und da gibt es so ein Zeitfenster. Und dieses Zeitfenster nennt man den maximalen Wachstumssport. Und um dieses Zeitfenster drumherum, davor und danach, haben sich vielleicht vor unserer Studie, wenn man es so will, nur die Briten relativ gut damit beschäftigt, mit dem Wort Leut. Was passiert eigentlich vor und nach diesen Wachstumsphasen bezogen auf Krafttraining? Welche Krafttrainingsform kann ich anwenden? Ist sozusagen Krafttraining schädlich? Das ist eine Frage. Ab wann kann ich anfangen mit Krafttraining? Sollten Mädchen und Jungs vergleichbar starten? Ist es sicher Krafttraining in diesem Vor-, Während- und Nach- dieser biologischen Reifephase? Das ist also ein Punkt. Also der Denkansatz beginnt mit dieser biologischen Reife. Und damit, dass man die erstmal bestimmt, kann ich gleich noch was dazu sagen, wie man das macht. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn man den kennt, was trainiert man und wie trainiert man über den langfristigen Leistungsaufbau? Das ist gerade im Fußball eine wichtige Komponente, da Nachwuchsfußball oft kein gutes Beispiel ist. Da ist bezogen auf Spezialisierung und multisportive Ausbildung, weil sehr, sehr früh sehr, sehr viel speziell gemacht wird schon. Das heißt also, viele Kinder und Jugendliche haben mit dem Alter von sechs, sieben Jahren ihre Fußballschuhe schon an und haben im Prinzip über die Dauer, bis sie dann in einer U19 oder in einer U21, so es die gibt, oder in der ersten Mannschaft sind, über 80, 90, 95 Prozent fußballspezifische Anteile. Und gerade aber in dem Nachwuchsbereich haben internationale Studien und auch unsere Arbeiten im Projekt eigentlich gezeigt, dass diese frühzeitige Spezialisierung eigentlich nicht zwingend zum späteren Erfolg führt. Das kennt man ja auch mit Zahlen des DFB. Wenn ich mich richtig entsinne, sind es 0,1 oder noch weniger Prozent, die dann aus so einem Nachwuchssystem auch den Sprung schaffen. Und das hat mit vielen Faktoren zu tun. Ein Faktor ist aber diese frühzeitige Spezialisierung. Und ein zweiter Faktor damit verbunden ist, auch, dass man, wenn ich frühzeitig zu viel im Fußball mache, wenig Augenmerk auf athletische, auf Krafttrainingsaspekte lege, die eigentlich bis zum grob orientiert nach der Phase des größten Längenwachstums zwischen 14 und 16 Jahren, 17 Jahren, auf gar keine Rolle spielen. Und das ist ein Problem. Außerdem beschäftigen wir uns in der King-Studie auch mit immunologischer Anpassung. Wir haben ja oft eine intervallartige Belastung im Fußball. Und eines der wenigen Regenerationsmaßnahmen, die oft existiert, ist Schlaf. Das ist auch die wichtigste Regenerationsmaßnahme. Und wenn man sich in diesen Nachwuchsleistungszentren hier in Jena, kann ich das relativ gut einschätzen, in anderen vielleicht weniger gut anschaut, wie mit dieser Ressource Schlaf als Regeneration, immunologische Regeneration umgegangen wird und welche Rahmenbedingungen dafür sind, sind die teilweise sehr verbesserungswürdig für die Kinder und Jugendliche in diesem Sport, der durch ganz lange Wochenenden, von einem Jahr vielleicht 30 Wochenenden unterwegs oder mehr und dann in der Woche drei bis fünf Mal Training, je nachdem. Und dort spielt der regenerative Aspekt gerade in diesen Phasen der Entwicklung vor und nach diesem maximalen Längenwachstum eine entscheidende Rolle. Und mit dem Schlaf verbunden auch eben die immunologische Regeneration, die letztendlich nach jedem Training eine Auslenkung des Immunsystems, also eine Entzündung, die man setzt, das nicht schlimm ist, was physiologisch ist oder was natürlich ist, aber diese Entzündung muss sich wieder einregulieren können. Und dazu braucht es zum Beispiel Schlaf. Also diese beiden Aspekte sind der Fokus bei uns. Ja, jetzt hast du ja schon sehr viele Punkte angesprochen. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, auf die wir mal eingehen könnten. Und eine Sache, die du angesprochen hast, war die Sicherheit des Krafttrainings im Nachwuchsfußball. Da gibt es ja viele Mythen, das sage ich jetzt einfach mal so wertend, die da kursieren. Einer ist zum Beispiel der Einfluss aufs Wachstum durch das Krafttraining, der da so rumgeistert. Vielleicht kannst du mal auf so gängige Mythen eingehen, die es so rund um das Krafttraining gibt und die dann entkräften und wie da eigentlich der wissenschaftliche Stand ist. Ich glaube, was wichtig ist, mache ich gerne, ist, dass man erst mal Krafttraining differenziert. Weil Krafttraining wird so reflexartig ganz schnell mit Handeltraining assoziiert und Kniebeuge. Auch im Nachwuchsfußball. Das ist aber nur ein geringer Bestandteil des Krafttrainings im Nachwuchsfußball. Weil zum Krafttraining an sich gehört das Maximalkrafttraining, was das Hypertrophietraining beinhaltet, also Muskelwachstum sozusagen. Dazu gehört auch Reaktivkrafttraining als spezifische Reform. Das ist im Nachwuchsfußball aus meiner Sicht eines der wichtigsten Komponenten. Das hat erst mal überhaupt gar nichts mit Gewicht zu tun. Und dann gehören natürlich Schnelligkeits- und Kraftaspekte in Kombination und Kraftausdauertraining dort dazu. Und auch die Komponente neuromuskuläres Koordinationstraining. Weil die Verbesserung der Kraft auch durch koordinative Effekte, durch bessere Abstimmung der Muskeln untereinander und auch der Ansteuerung der Muskulatur erreicht werden kann. Und wenn man das Thema Sicherheit aus diesen vier Aspekten betrachtet, muss man sagen, in Abhängigkeit von der biologischen Reife. Das heißt also, man kann dazu ein bisschen unterteilen, die präpuberale Phase, die letztendlich das mittlere Kindesalter ist. Das ist so bei den Mädchen acht bis neun, Jungs neun bis zehn Jahre. Und in diese präpuberale Phase, dort kommen eigentlich keine Gewichte zum Vorschein, sondern dort ist das Krafttraining geprägt durch ein Gleichgewichtskraftausdauertraining, koordinatives Training, wo technische Fähigkeiten, die bezogen auf Ausführungen, Technikausführungen von zum Beispiel einer Kniebeuge, zum Beispiel von einem Sprung, zum Beispiel von einem Hockstrecksprung oder Counter-Movement-Jump erlernt werden müssen. Start-Techniken, also Absprung-Techniken, Landetechniken. Ein gutes Beispiel sind an der Stelle die Movement-Preps, die von dem Terstegen eingebracht worden sind. Das ist eine sehr, sehr gute Form, auch in diesem Altersbereich zu beginnen, mit einer entsprechenden technischen Korrektur. Und dann gibt es das späte Kindesalter. Das sind Mädchen zwischen acht und elf Jahren und Jungs zwischen neun und dreizehn Jahren. Die Spanne kommt immer aufgrund der Entwicklung zustande. Und das ist immer noch präpubertär oder auch vor dem maximalen Längewachstum von Mädchen und Jungen. Das ist aber nach der ersten Phase. Und in diesem eher aufbauorientierten Training, da kommt das Gleichgewichtstraining und das Reaktivkrafttraining, da kommt es die zweite Komponente dazu. Wir haben also bei dem ersten mehr Gleichgewicht, Balance, Koordination, vielleicht neuromuskuläre Ansteuerung schon, aber da ist mehr die Vielfalt, die Freude an der Bewegung, die Orientierung in vielen Räumen, auch die visuelle Verarbeitung von Antizipationen, eine wichtige Komponente im Kontext von Einsetzen der Körperkraft, Einsetzung von Orientierung. Und das ist komplett ohne, also unschädlich. Das ist notwendig eher sogar. Und dann kommt letztendlich die zweite Phase, hatte ich gesagt, wo das Reaktivkrafttraining in spielerischen Form eine Rolle spielt. Eine sehr, sehr schöne Übung ist Seilspringen. Gerade in einer C-Jugend weiter unten ist es aus meiner Sicht eine Basics, die mindestens einmal die Woche in eine Trainingsform gehört, die man anwendet und zwar nach einer entsprechenden Erwärmung. Erwärmung ist auch eine Komponente, können wir nochmal drüber sprechen. Und dann natürlich das Rumpfkrafttraining. Das heißt also, alles was athletische Formen sind, die Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur stabilisieren. Und zwar Sit-Ups ist das klassische Beispiel, aber es sind auch Formen, wo man letztendlich Kombinationen aus in Form von Kreistraining oder Ähnliches machen kann. Denn unter anderem der Urs Kranach aus unserer Gruppe konnte zeigen, dass durch dieses Rumpfkrafttraining sich auch die sportartspezifische Leistung verbessert. Das heißt, man trainiert Stabilität im Rumpf und wird plötzlich auch schneller. Wie kommt das zustande? Dass man einfach die Kräfte, die auftreten, auch über die Stabilität, die man im Rumpf hat, im Rumpfkrafttraining auch absorbieren oder sozusagen projizieren oder weiter vermitteln kann letztendlich. Und das führt dazu, dass dort diese Schnelligkeitskomponente vom Rumpfkrafttraining profitiert. Und da spielen auch immer noch keine Gewichte eine Rolle. Und da ist es auch immer noch sicher und gibt keine Probleme. Hier kommt man dann dazu auch noch zum Kraftausdauertraining, vor allen Dingen mit dem eigenen Körpergewicht oder mit einfachen Zusatzgeräten. Und da ist eins der wichtigsten Zusatzgeräte zum Beispiel der Fußball. Das heißt, ein Einwurftraining oder Einwürfe trainieren in einer spielerischen Form, die dann am Schluss vielleicht in einer späteren Jugend tatsächlich ein spezifisches Einwurftraining ist. Da sieht man oft in der E-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, dass das Einwerfen technisch und auch kräftemäßig eigentlich vernachlässigt wird. Und das ist eine sehr, sehr einfache Form, diesen Fußball zielgerichtet in verschiedene Weiten, zielgerichtet mit bestimmter Genauigkeit auch zu werfen. Und damit hat man ein schönes Rumpfkrafttraining letztendlich. Als Beispiel. Natürlich kann man das im Kreistraining auch Medizinball oder Ähnliches machen. Dann kommt da auch das Freihandeltraining mit geringsten Gewichten zum Tragen. Das bedeutet dann zum Beispiel, man hat entweder kleinste Gewichte, eins, zwei, drei Kilo ist schon viel. Oder man hat gefüllte Wasserflaschen in der spielerischen Form. Oder man nimmt sogar Bälle. Also da gibt es verschiedene Formen, wo man das spezifisch machen kann. Und an der Stelle kann man auch schon anfangen mit elastischen Bändern. Es gibt ja verschiedene Formen und Anbieter von diesen Bändern. Und man sollte das an dieser Stelle auch, weil dieser progressiv, also der zunehmende Widerstand von so einem elastischen Band. Also wenn man sich vorstellt, man steht, hat das Band sozusagen um den Rumpf und geht in eine Rotationsbewegung nach links oder rechts und das Band ist unter Spannung. Dann ist es so, dass diese Bänder einen Unterschied zu einer Handel darin besteht, dass ich die Anfangskraft bei der Handel, die ist am Anfang ziemlich hoch, damit ich die Handel bewegen kann und dann bin ich in der Bewegung. Währenddessen bei den Bändern ich mit zunehmender Dehnung des Bandes eine Steigerung der Kraft letztendlich habe, die ich benötige. Und das ist viel adäquater für die Muskulatur, sich anzupassen und auch gelenkschonender. Und gleichzeitig sind mehr Freiheitsgrade durch Störungen, die man über das Band applizieren kann, möglich. Also das sind Dinge, die in dem Alter weiblich, 8 bis 11, männlich bis 13 Jahre eine Rolle spielen. Und man kann dort beginnen schon auch für eine klassische Übungsform, nämlich eine Kniebeuge aus dem olympischen Gewichtheben, das ist eine bestimmte Technik, diese Technik schon zu erlernen. Und zwar mit einem Besenstiel oder ohne irgendwelche Zusatzmaterialien. Das sollte man auch frühzeitig tun, um dort technisch sauber zu sein. Wir haben im Moment in der King's-Studie eine interessante Komponente, die wir untersuchen. Und zwar, die ist auch in unserem Modell drin, die sogenannte Krafttrainingskompetenz. Das ist also eine Idee, die aus der Gruppe von Urs Granacher eigentlich zustande kam, wo wir jetzt gemeinsam mit zwei Kollegen, mit dem Herrn Müller und dem Herrn Heet zusammen, dort ein Ratingsystem aufbauen, weil man muss ja die Kompetenz irgendwie beurteilen. Und da fällt auf, dass wenn man in verschiedenen Stufen Übungsformen macht, zum Beispiel einen Liegestütz, zum Beispiel einen Hang- und einen Klimmzug, dass es gar nicht so einfach ist, die technischen Kriterien zu definieren und auch zu beurteilen für einen Trainerin, Trainer oder für eine Person, die sie durchführt, dass sie auch korrekt sind. Und dort wird oft, sagen wir mal, in der Praxis geschludert, weil der athletische Teil oder dieser, ja, im Fußball ist es der athletische Teil, so wird er definiert, oft nicht im Fokus des Trainers steht, sondern das macht entweder ein Athletiktrainer oder man lässt es alleine machen und bereitet sich schon auf den Hauptteil vor. Und das ist ein großes Problem, weil dort sollte eigentlich das Hauptaugenmerk dann stehen, dass man saubere Bewegungsausführungen hat und so weiter. Und dann kommt eigentlich die Phase dieses Längenwachstums. Das ist die Phase 10 bis 11, 18 bis 19 Jahre, das heißt also bei den Mädchen. Und bei den Jungs ist es 12 bis 13, 19 bis 20 Jahre. Wir kommen nachher nochmal genau auf das Fenster, weil Jungs und Mädchen lassen sich ein bisschen besser eingrenzen als das breite Spektrum, aber es gibt dort eben in der biologischen Entwicklung große Unterschiede. Und in diesem Art Anschlusstraining, da haben wir Gleichgewichtstraining, Reaktivkrafttraining, Rumpfkrafttraining, Freihandeltraining. Das kommen die Komponenten wieder. Und dann kommt hier eigentlich schon das sportartspezifische Krafttraining dazu, wo zum Beispiel gegen Widerstände gearbeitet wird. Man denkt an Zweikampf-Situationen, wo man auch wieder mit solchen elastischen Bandsystemen sich hilft. Und es kommt das Sehnen-Adaptationstraining dazu. Das ist also auch ein Bestandteil des Krafttrainings, denn wir haben in unserer King's-Studie vor allen Dingen durch die Gruppe vom Diamant des Arampatzes kennengelernt, dass Muskeln und Sehnen unterschiedliche Anpassungen an Stimuli haben. Das heißt also, oft ist es so, dass der Fokus auf der Anpassung der Muskulatur liegt und die Sehne aber nicht mit dem gleichen Stimulus, nämlich mit der gleichen Intensität, gleichen Dauer, sich anpasst. Und dann gibt es ein Missverhältnis zwischen Muskel und Sehne. Und dieses Missverhältnis führt oft zu Ansatzproblemen. Ansatz am Knie, Ansatz an der Achillessehne. Gerade im Nachwuchsbereich ist das ein sensibler Bereich. Also ist das auch eine Verletzungsprophylaxe und es ist natürlich eine spezifische Anpassung, denn dieses Muskelsehne-Interaktion, die muss richtig gut funktionieren, weil ja durchaus ein, sag ich mal, ein D-Jugendspieler, ein U16-Spieler, U15-Spieler, vielleicht sogar U14 schon, wenn der mit maximaler Geschwindigkeit den Ball trifft, dann kommt der schon auf 80 kmh vielleicht, vielleicht 95 kmh. Das heißt, die Beschleunigungsleistung des Muskelsehnenapparates ist immens und dann, und das ist das Wichtige, die Abbremsleistung eben auch. Und aus diesem Grund muss man dort diese Komponenten einbauen. Und dann kommt der Bereich größer 19 Jahre, also 18, 19 Jahre, wo es letztendlich nachpubertär ist, wo eigentlich dieses klassische Maximalkrafttraining mit Gewichten, also Kniebeuge, Mitgewicht, Olympisches Gewichtheben, erst eine Rolle spielt. Und wenn man das Krafttraining so aufbaut, da sieht man, dass bevor man zu einem handelorientierten Training kommt, was der Schwerpunkt ist, hat man ja mindestens drei Stufen vorher, die durch Gleichgewichtstraining, mit dem eigenen Körperkrafttraining, vor allen Dingen Reaktivkrafttraining für die schnellen Komponenten, wo es um Sprünge und Landetechniken geht, wo es um das schnelle Ansteuern der Muskulatur, um saubere Bewegungsausführung geht, Krafttraining ist Kompetenz, wo man sich langsam hin entwickelt. Und aus der Sichtweise ist Krafttraining komplett sicher. Das ist nicht nur aus unserer Studie herausgekommen, sondern der Avery Feigenbaum, das ist eine ausgewiesene Persönlichkeit im Bereich der Entwicklung von Krafttraining im Kind- und Jugendbereich. Der hat also mehrere Übersichtsarbeiten dazu publiziert, wo man sagen muss, es ist auf jeden Fall sicher. Es sollte ein technisch getriebenes Krafttraining am Anfang sein. Und dann ist sozusagen bezogen auf die Unsicherheit, braucht man sich keine Gedanken machen. Zwei Anmerkungen noch dazu. Im Fußball, im Nachwuchsfußball, wird oft versucht dann zu sagen, okay, also die grundsätzliche Kritik im Nachwuchsfußball ist, dass sie oft zu spezifisch, zu früh zu spezifisch ist. Das heißt, man verbringt viel zu viel Zeit in einer fußballspezifischen Form. Damit man mal ein Gefühl bekommt, wir haben dazu auch in der Zeitschrift Leistungssport einen Artikel geschrieben, der Urs Kranacher, der Dirk Büsch und der Jonas Höhne und ich. Und dort haben wir, glaube ich, relativ gut dargelegt, dass eigentlich im langfristigen Leistungsaufbau, und das ist ein Wunsch, dass das jeder so sieht, diese spezifische Ausbildung eigentlich erst so richtig beginnt mit einem Anteil von 50 Prozent ab dem Alter von 16, 17, 18. Und das, was wir aber oft im Nachwuchsfußball sehen, ist, dass sehr, sehr früh schon spezifisch ausgebildet wird. Das hat mehrere Faktoren, da will ich mich gar nicht äußern dazu, aber das ist definitiv nachteilig für die meisten. Und das wiederum erzeugt sicherlich, wenn man sich die Unfallstatistik der BG anschaut, erheblich mehr Verletzungen als ein sicheres Krafttraining über diese Zeit. Also das spielt eine Rolle. Beim Reaktivkrafttraining wird oft der Fehler gemacht, dass man versucht zu sagen, ich habe eine Trainingseinheit von, sagen wir mal, 60 Minuten, und dann wird versucht, dieses Reaktivkrafttraining so kurz nach die Erwärmung zu pressen, und dann geht man in den Hauptteil. Und das ist ein Fehler, der, sage ich mal, oft dazu führt, dass das gar kein Reaktivkrafttraining ist, weil die Effekte gar nicht konserviert werden können, erstens, und zweitens, weil oft dazu letztendlich viel zu wenig Zeit bleibt. Das heißt also, wenn man Anfänger hat, sollte beim Reaktivkrafttraining eins bis drei Serien, sechs bis zehn Wiederholungen durchgeführt werden, dauert circa zehn Sekunden, und wenn man das einhält, und das macht mit so einer Mannschaft, und sich ein bisschen Gedanken macht, wie ich das mache, dann wird das schon alleine 15, 20 Minuten dauern. Und dann ist im Prinzip diese Reaktivkraftkomponente ist aber auch entwickelbar. Das ist eigentlich eine eigene Trainingseinheit. Und oft wird aber versucht, das so zu vermischen, und dadurch geht der Effekt verloren, und auch die Aufmerksamkeit auf die Ausführung, und auf das, was man in dieser Reaktivkraftkomponente eigentlich will. Weil danach beispielsweise eine intervallartige Trainingsform kommt, wo man 2 zu 2 oder, was weiß ich, 3 zu 3 oder 4 zu 4, aber da ja wahrscheinlich weniger in der C-Jugend unterwegs ist, und damit wird der Effekt dieser Anpassung, sag mal, verloren gehen. Vielleicht ein gutes Beispiel dazu ist, dass eine der Menschen ist so, oder die Kinder und Jugendlichen sind so von ihrer Adaptation, dass das, was ich trainiere, auch adaptiert wird. Das heißt also, was man auch oft vorfindet, ist, dass zum Beispiel Balanceübungen kombiniert werden, mit, also Balanceübungen auf einem Bein, auf instabilen Untergrund stehen und so weiter, kombiniert werden mit, zuerst Koordinativ, man sagt dann Koordinativ, und danach geht man ins Sprint beispielsweise, Kurzsprints oder sowas, mitten ohne Ball. Und der Körper kann aber sich nur an eins anpassen. Also wenn er Balance hat, dann heißt das, dass er sich nicht steif macht, das Sprunggelenk auch nicht steif ist, und er sich darin anpasst, nicht umzufallen. Und wenn danach eine Übungsform kommt, die eigentlich das Gegenteil braucht, die braucht nämlich ein steifes Sprunggelenk, schnelle reaktive Ansteuerung, dann kann das durchaus dazu führen, dass das widersprüchlich bezogen auf die Trainingsphysiologie ist. Weil die Anpassung an Balance ist Balance, die Anpassung an Steifigkeit oder Sprint ist Steifigkeit, schnelle reaktive Dinge. Und wenn ich das vermische und einfach in 15 Minuten Erwärmung packe, dann habe ich irgendeinen Mischmasch, aber ich habe nicht das Spezifische. Das heißt, wenn man drei Einheiten hatte in der Woche, hat man ein Warm-Up-Teil, der sollte so 15 Minuten dauern, 20 Minuten, und in diesem Warm-Up-Teil kann man am Ende des Warm-Ups mal eine Komponente einbauen in der einen Einheit, und in der nächsten Einheit kann man eine nächste Komponente einbauen. Aber man sollte das nicht bezogen auch auf das Krafttraining vermischen. Du hast jetzt schon das Vermischen angesprochen und ich habe ja jetzt als Letztes eine Folge zum Thema Live-Kinetik aufgenommen und da kam das so auf, dass Horst Lutz, mein Gast, gesagt hat, dass ein, oder der Grund, woran es scheitert, wenn es darum geht, mehr zu trainieren, hier oft die Platzkapazitäten sind. Und einige Trainingsinhalte, über die du jetzt schon gesprochen hast, dafür benötigt man ja gar nicht viel Platz. Das heißt, das wäre ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie man die Anzahl der Trainingseinheiten erhöhen kann und dann sich eben in einer separaten Trainingseinheit, für die man nicht viel Platz braucht, also bei uns ist es zum Beispiel bei der Sportanlage so, wir haben zwei Rasenplätze und zwischen den beiden Plätzen oder davor, wie man es nennt, ist eben noch so ein, wir nennen es Vorplatz, also das ist kein richtiger Platz, halt Rasen und da könnte man solche Sachen ja trainieren und da steckt, glaube ich, echt viel Potenzial drin, wie man da nochmal das Training aufwerten kann. Dann hast du ja auch über Avery Feigenbaum gesprochen, den kann ich tatsächlich auch den Zuhörern nochmal empfehlen, da hatte ich auch schon auf meinem Insta-Kanal in der Story ein paar Mal Beiträge geteilt, also das ist wirklich eine gute Adresse und dann hast du darüber gesprochen, worüber ich mich jetzt gerne nochmal unterhalten würde, so wenn es um die Anleitung geht, also dass zum Beispiel, keine Ahnung, der Trainer schon den Hauptteil vorbereitet und dann wird das so, ja, unsauber ausgeführt und nun hat man ja das Problem, wenn man jetzt nicht unbedingt vom Nachwuchsleistungssport spricht, sondern wenn man das vielleicht auch mal ein bisschen auf den breiten Sport übertragen möchte, dass da die Trainer jetzt auch nicht unbedingt optimal im Bereich Krafttraining geschult sind. Was sind da denn Lösungsansätze, wie können sich Trainer orientieren, dass die mit ihren Spielern ein sicheres, hochwertiges Krafttraining durchführen können? Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wir haben in Jena damals noch mit dem Gianluca Fraternalli, der ist jetzt beim VfB Lübeck dort in der ersten Mannschaft Trainer, der war bei mir hier in der Arbeitsgruppe und wir haben so ein Konzept für hier in dem Fall den FC Carls Jena entwickelt und das ist so, dass man erstmal grundsätzlich bereit sein muss, seine Stunde oder sein Training auch so einzuteilen, dass dafür auch Zeit vorgesehen ist. Das ist die erste wichtigste Bereitschaft. Als zweites ist es so, man sollte ein systematisches Warm-Up machen, das sich im Grundsatz kaum unterscheidet, egal ob ich danach eine fußballspezifische oder eine nicht fußballspezifische multisportive oder Krafttrainingskomponente habe. Und dieses Warm-Up bereitet also vor, das besteht, das folgt einem bestimmten Konzept, man beginnt mit einem Einlaufen, letztendlich ganz simpel, halbe Runde, kurze Strecke, das ist einfach, um ein bisschen dort in die Bewegung zu kommen, um neuromuskulär warm zu werden oder zu aktivieren, um auch das Kreislaufsystem zu aktivieren. Dann kommt ein Teil der Aktivierung und diesen Aktivierungsteil, der besteht darin, dass man ohne Ball auf kurzem Raum, das heißt also, wenn man jetzt in der C-Jugend, du hast gesagt, du bist C-Jugend-Trainer, das heißt 10 Meter, da kann man sozusagen eine Hütchenform legen, man legt zwei Hütchen nacheinander, dann legt man ein Viereck und dann wieder zwei nacheinander und dann startet man in den ersten beiden und dann läuft man nach außen in das Viereck, dann wieder nach innen, nach hinten weiter und in dieser Form kann man sehr, sehr viele wichtige Dinge unterbringen, die mit Fußkoordination, mit Ansteuerung, mit kurzen Schritten zu tun haben, um letztendlich vom Fuß zu Kopf zu erwärmen. Dieser Aktivierungsteil, der wird als drittes dann von einem Mobilisationsteil gefolgt und dieses Mobilisationsteil ist unsere Empfehlung die Movement Preps. Da gibt es viele, viele, da gibt es auch gute Videos dazu, vielleicht hast du noch zwei, drei dann, die du im Nachgang wie auch immer mal auf deinem Instagram oder wo auch immer zur Verfügung stellen kannst, weil diese Movement Preps, dort habe ich immer die Prämisse oder haben wir in dem Konzept die Prämisse, dass die Movement Preps immer mit zehn Wiederholungen durchzuführen sind, sollten nicht zu lang dauern, aber sie sollten schon zügig durchgeführt werden. Das ist also nicht ein statischer Dehnteil. Thema statisches Dehnen wird auch häufig teilweise noch gemacht als Erwärmungsteil. Statisches Dehnen im Grundsatz ist nicht schlecht, aber im Erwärmungsteil muss man sagen, ist die Evidenz so, dass es dort, wenn man weiß, im Hauptteil will ich Schnelligkeit, was ich im Fußball brauche oder auch Kraftleistungen habe, dazu führt, dass diese Schnelligkeit oder Kraftleistung sich verschlechtert, wenn ich einen statischen Dehnteil in diesen Movement oder Beweglichkeit Teil einbauen. Das heißt, Movement Preps sind ja dynamische Übungsausformen. Und dann kommt dieses Modell, das dahinter liegt, das ist auch von einem Briten, das heißt Ramp oder Ramps, wir haben es Ramps genannt. R steht für Rise, für das Einlaufen, für das Aktivieren. A ist für die Aktivierung bezogen auf diese Hütchen, die ich gesagt hatte, 10 Meter. Dann kommt das M, die Movement Preps und dann kommt das P und das S, Ramps. Das P steht für Potentation, für reaktive Komponenten oder für den Kraftteil, für das Krafttraining, für den Krafttraining, Rumpfkrafttraining für den Gleichgewichtsteil. Und dann kommt das S am Schluss, wenn es denn erforderlich ist für Speed, für Schnelligkeit, kurze Antritte, kurze Richtungswechsel und so weiter. Und dieser Gesamtteil, der ist im Training so zu organisieren, dass er, wenn man jetzt eine 90-minütige Einheit hätte, dass der in dieser 90-minütigen Einheit etwa 20-minuten bis 25-minuten beansprucht. Und das mache ich nicht zu jedem Training, sondern ich will das fokussiert setzen. Wenn ich jetzt dreimal die Woche Training habe, habe ich das dreimal, habe ich das auf jeden Fall mit dem Fokus auf eine Krafttrainingssequenz mindestens einmal, maximal zweimal bei der ersten und letzten Einheit dann in der Mitte nicht. Und dieser Krafttrainingsteil, der findet sich dann in einem Zeitfenster von fünf bis zehn Minuten wieder in diesen P-Teil dieses Rams-Modells beispielsweise. Und dort kann ich genau diese Form Gleichgewicht, Reaktivkraft, je nachdem, wo ich den Fokus setze, machen. Das ist in dem Bereich bis zur U17 vielleicht. Und wenn ich dann nach der U17 komme, wo ich dann schon in die spezifischere Form gehe, wo ich weiß, ich bin über das Peak-Height-Velocity, das maximale Längenwachstum weg, also das hat schon stattgefunden bei den meisten Spielern, also eigentlich bei den Spielern, dann gliedert sich dieser, bleibt das auch erhalten, aber dieser Kraftteil wird dann in einer separaten Einheit manchmal trainiert, entweder im Kraftraum oder im Athletikraum oder wird kombiniert mit einem Ausdauertraining, das heißt, die haben dann am Vormittag eher eine ausdauerorientierte Einheit, am Nachmittag eher beispielsweise eine kraftorientierte Einheit. Was man auch oft versucht, ist sozusagen, das zu kombinieren innerhalb einer Einheit, so ein bisschen, wie die Leichtathleten das machen. das mag funktionieren, wenn man sagt, okay, dann mache ich eine Einheit und suche mir mal einen erfahrenen Leichtathletiktrainer, der das macht mit mir, Kraft und Schnelligkeit zusammen, dann darf aber da kein fußballspezifisches Training mehr folgen, weil sonst die Effekte einfach entweder verpuffen oder ich sogar höhere Verletzungswahrscheinlichkeiten habe. Ansonsten sollte, ich würde einfach diese, gebe dir gerne unsere, diese Publikationen, da sind so ein paar Formen drauf, die kannst du gerne dann auch zur Verfügung stellen, die ist auch Open Access, also ist jetzt nicht lizenziert, also müssen keine Gebühren oder irgendwas bezahlt werden und man sollte sich dann für einen Zeitraum von zwölf Wochen genau für diesen P-Teil Ramps war die Erwärmungsteil für diesen P-Teil so fünf bis sieben Minuten so ein Athletikteil zusammenbauen aus den Beispielen, die da drin sind, aus den einfachen Übungsformen, die da drin sind. Das wäre wichtig, beim Anleiten ist wichtig, ich weiß, wie die Praxis ist, es ist nicht an jeder C-Jugend ein Athletiktrainer dabei, der die ganze Zeit bei der Mannschaft ist, das wäre perfekt, eigentlich ist es umso wichtiger dort unten, aber der Trainer sollte auch diese Sachen gut anleiten, sollte dort insbesondere auf die technische Ausführung schauen, das Prinzip ist immer lieber weniger und qualitativ hochwertiger als mehr und qualitativ schlecht und man sollte dort bei diesen Formen gar nicht so sehr den Wettkampfcharakter sehen, sondern in den unteren Altersbereichen vor dem Vor- und bis zum Längenwachstum wirklich darauf achten, dass das teilweise sehr unterschiedlich sein kann. Also hat man beispielsweise einen Spieler, der weit vor, also in der U14 gibt es welche, die sind biologisch zwölf und welche, die sind biologisch 17. Und das muss man dann differenzieren, weil der zwölfjährige biologische, der in der U14 trainiert, der hat vielleicht drei, vier, fünf reaktive Sprünge oder macht mit dem elastischen Band was, während der andere das sozusagen in einem ganz anderen Umfang durchführen kann. Und diese Differenzierung, die fällt leider oft hinten runter und das sollte man sich immer in den Stationen ein leichte oder eine sozusagen vielleicht zwei Gruppen bilden, eine individualisierte Gruppe A und B und die einen sind sozusagen diejenigen, die biologisch etwas zurück sind, die anderen sind die, die biologisch weiter sind und die trainieren dann, man separiert dann in zwei Gruppen, wo man das dann aufteilt in dem P. Das ist eigentlich ein ganz gutes Vorgehen, was gut funktionieren kann. Da gibt es ja auch so selbstregulative Methoden, wie dass man zum Beispiel als Ansatz hat, keine Ahnung, dass man drei Wiederholungen im Profil lässt beispielsweise und das wäre dann individuell ja unterschiedlich bei den Spielern und so trainieren sie dann auf ihrem Niveau. Ich glaube, was wir auf jeden Fall schon mal als ein sehr wichtiges Prinzip festhalten können bei dem, was du bisher gesagt hast, ist, dass man als Trainer wirklich und so ist es ja auch bei den fußballspezifischen Inhalten, sich wirklich genau überlegen sollte, wann trainiere ich was, um dann eben langfristig bestmöglich auszubilden und da hast du schon darüber gesprochen, dass in den jüngeren Jahren noch nicht mit Gewichten trainiert wird. Da würde ich jetzt gern nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was genau die Gründe dafür sind, weil ich auch schon gehört habe von Wissenschaftlern, dass es jetzt auf jeden Fall auch nicht schädlich wäre und auch einen Nutzen haben kann. Das war aber jetzt natürlich auch nicht vielleicht unbedingt immer auf Spielsportarten bezogen, sondern vielleicht in so einem sehr allgemeinen Kontext, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Kreuzheben angucke, was ja auch schon mal ein interessantes Bewegungsmuster ist, so das nach hinten schieben der Hüfte, das kann ich ja eigentlich, also da hat es ja schon einen Nutzen, wenn ich ein bisschen Gewicht drauf habe, weil dann die Technik ja auch besser gelernt werden kann, wenn ich mit ein bisschen Gewicht arbeite, also so ist zumindest mein Kenntnisstand, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, weshalb man da keine Gewichte nutzt. Also man nutzt, wenn Gewichte freier handeln, weil das einfach viel mehr die koordinative Seite stimuliert noch. Das ist im Übrigen so, dass durch Freihandeltraining auch später dann größere Maximalkrafterfolge erzielt werden können, als durch, als verglichen mit Maschinentraining und so weiter, das haben wir auch gezeigt in der Studie aus der Kings-Gruppe, also das ist auch die Melanie Lesinski vom Oskar hat das in einem sehr, sehr guten Review rausgearbeitet. Die Gewichte oder das Verwenden von Gewichten, man muss immer fragen, mit welchem Ziel? Warum mache ich das? Also welche Anforderungen und wenn ich nach dem Ziel frage, dann frage ich eigentlich nach dem Anforderungsprofil eines Nachwuchsfußballers oder einer Nachwuchsfußballerin. Und an der Stelle ist es oft so, dass viele das gar nicht wissen, was sie eigentlich als Anforderungsprofil charakterisieren würden. Also welche koordinativen Fähigkeiten, welche konditionellen Fähigkeiten, welche Verletzungsprävention im Krafttraining gesprochen, wie viel Anteil Reaktivkraft, wie viel Anteil Hypertrophie, wie viel Anteil Kraftausdauer braucht eigentlich eine C-Jugendspielerin oder einen T-Jugendspieler. Und wenn ich das ableiten will, so ein Anforderungsprofil und daran macht sich eben dieses Trainingfest auch mit oder ohne Handeln, muss ich mir nur anschauen, jetzt habe ich eine Spiel- eine Wettkampfsituation, wie viele Sprints werden denn erforderlich sein, wie viel Meter, Kilometer sozusagen legt eine Spielerin ein Spieler zurück, wie viele Richtungsänderungen sind da drin, wie viele Beschleunigungen sind da drin. Wozu braucht jetzt jemand, der, mach mal ein Beispiel, eine U17-Bundesliga-Mannschaft, die wir in Jena hatten, damals noch mit Daniel Wölfel, der jetzt in Magdeburg ist, dort haben wir so diesen athletischen Teil ein bisschen gemonitort, um objektive Daten zu haben. Da haben wir Spieler, Mittelfeldspieler, die teilweise bis zu 90 Sprints pro Spiel haben. Und dann gibt es aber welche, die haben 30 oder 40, je nach Positionsspezifisch auch. Und es gibt Spieler, die haben 10 bis 12 Kilometer, die die laufen und andere Spieler laufen 6 Kilometer. Ich sag mal, im Mittel 50 Sprints, 40 Richtungsänderungen und 8 oder 9 Kilometer. So, jetzt muss man da drin fragen, gut, welche Rolle spielt jetzt dort ein Handeltraining? Also, was kann das Handeltraining für dieses Anforderungsprofil, dieses beispielsweise Mittelfeldspieler jetzt organisieren? Und da muss man sagen, da ist es so, ich muss erst die Frage stellen, welche Voraussetzungen brauche ich für das Handeltraining und wozu will ich das? Wenn ich jetzt isoliert ein Kreuzheben mache, um meine Rückenstrecker zu aktivieren, ich aber nicht in der Lage bin, 20 Liegestütze zu machen, mit meinem eigenen Körpergewicht, dann ist dort eine Diskrepanz, weil das eigene Körpergewicht muss ich beherrschen in allen Situationen, bevor ich mich an solche externen Lasten wage. Und ein isolierteres Training von einem Rückenstrecker, das mag nach einer Verletzung mal sinnhaftig sein, da kann es sogar sein und hat ein leichtes Gewicht in einem RTC-Konzept, aber bezogen auf sozusagen tatsächliche Hypertrophie ist es wenig effizient, bezogen auf das, was die Zielleistung ist. Also, wir sehen oft eine Diskrepanz zwischen der Körperathletik, also, ich sag mal, Spieler sind auch motiviert und machen Kniebeuge mit, sag ich mal, 30 oder 40 Kilo in der U17, aber können drei Klimmzüge oder fünf oder sieben und wenn sie 100 Liegestütze am Stück machen sollen, schaffen sie 15 und das funktioniert dann nicht. Das heißt also, oder die Sit-Ups sind nicht entsprechend, die Rückenmuskulatur kann mit dem eigenen Körpergewicht nicht genug bewegt werden. Also ist dieses isolierte Training mit Handel, das ist eine fortgeführte Stufe, um vielleicht noch den Effekt zu kitzeln oder diese wirkliche Hypertrophie, die ich dann brauche, zu stimulieren. Alle anderen Sachen lassen sich mit elastischen Bändern eigentlich viel besser machen. Ich mache noch mal ein Beispiel. Eine Trainingsform, man hat einen Erwärmungsteil gemacht, danach geht man in eine Passform und in der Passform macht man so, man hat sozusagen zwei Spieler, die stehen sich gegenüber, die passenden Ball und hinter den beiden Spielern stehen weitere zwei Spieler und der jeweilige Passgeber und der dahinter oder Passgeberin und die dahinter haben einfach so ein Däusserband oder so ein elastisches Band im Bauch. Das heißt, derjenige, der den Pass gibt, muss gegen Widerstand gegen das Band angeben, den Pass geben und auf der anderen Seite, der muss den auch gegen das Widerstand annehmen. Diese Formen sind viel effektiver, weil dort in diesen Formen die intermuskuläre Koordination, die Abstimmung zwischen Muskeln, die Stabilität viel, viel fußballspezifischer trainiert wird, als zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt ein Bauchmuskeltraining oder eine Kniebeuge mache, um die Kniestabstration zu trainieren. Also der Fußballer braucht bei einer Kniebeuge mit Handeln in einer bestimmten Position, die ja vorgegeben ist, olympisches Gewicht heben, hatte ich gesagt, kann eine wichtige Zielübung sein, dann ab U17 bis U19 bis U21, je nachdem, wie die biologische Reife ist. Aber das muss vorbereitet werden und es muss vorbereitet werden so, dass man die technische Seite vorbereitet, die kann man ab acht Jahre vorbereiten, mit einem Besenstil beispielsweise. Aber fußballspezifisch muss derjenige ja diese Kraft koordiniert anwenden, um einen Richtungswechsel einzuleiten, um zu stoppen, um eine Umkehrbewegung zu machen, um zweikampfstabil zu sein. Und deshalb sind die Handelformen dort gar nicht so primär bedeutsam. Das zweite ist einfach ein metabolisches Problem. Ich baue Muskelmasse auf, was dann ab 17, 18 Jahren bestimmt super gut funktioniert aufgrund der hormonellen Seite. Aber diese Muskelmasse muss ich natürlich im Spiel bewegen und ich darf eigentlich nicht auf Kosten der Geschwindigkeit trainieren. Auf Kosten der Geschwindigkeit, die ich im Spiel brauche. Und deshalb ist eigentlich Handeltraining gar nicht, ich würde das nicht ja oder nein sagen, sondern ich würde sagen, wann ist das spezifische Handeltraining notwendig und zielführend. Und da gibt es eine Komponente, das kann nach einer Verletzung sein, wo man ganz gezielten Stimulus geben will. Und das kann dann schon in einer Phase sein, wo man diese Hypotrophie auch stimulieren kann, nach nach der Peak-Height-Velocity hormonellen Umstellung. Aber es wird immer wieder der Konflikt auftauchen, ich habe eine intervallartige, teilweise intensiv intervallartige Belastung, die an sich auch, wenn sie gut trainiert ist, im Training Muskelmasse sozusagen stimulieren kann und komme jetzt mit einer Übungsform, mit einer Handelübungsform, die eine ganz andere Geschwindigkeit und Übungsausführung hat und baut sozusagen Muskeln auf, die ich dann aber eigentlich wieder spezifisch lernen muss zu nutzen. Also es nützt keinem Fußballer eine riesen Oberschenkelmuskulatur, wenn er dann nicht die so koordiniert bekommt, dass er auf einem Beinspiel stehen kann oder dass er keine Hamstring-Verletzung bekommt. Und das ist so oft die Schwierigkeit. Man braucht sich nur orientieren, sage ich mal, wenn man sich mal an Topspielern orientiert, da wird man feststellen, dass es sehr, sehr wenige gibt, die mit viel Muskelmasse, ich meine nicht mit guter Athletik, da gibt es sehr viele Spieler, die eine ausgezeichnete Athletik haben, aber die nicht viel Muskelmasse haben. Die haben so viel, wie sie brauchen. Wenn man sich das mal anschaut, wie die ins Training einsteigen, beispielsweise, keine Ahnung, wenn jetzt Liverpool aus dem Trainingslager kommt, dann fangen die langsam an, so ihr, sind sicherlich auch solche Formen dabei, aber das wird sich dann athletisch so reduzieren, dass eben ein, keine Ahnung, Tiago oder Mo Salah eben so viel Masse mit sich führt, dass er immer noch schnell genug ist und ein Van Dijk eben nur so viel Masse mitführen kann, dass er immer noch in der Lage ist, Richtungswechsel einzuleiten und ohne, dass er zu viel Gewicht hat, sich wieder zu verletzen. Und da spielt, bei dem Männerbereich spielt es eine Rolle, aber in dem Nachwuchsbereich, bis auf die technische Ausführung, eine untergeordnete Rolle, das muss man ganz klar sagen. zumal die technische Kontrolle leider im Nachwuchsbereich ja gar nicht gewährleistet werden kann, weil einfach nicht 1 zu 1 Betreuung oft möglich ist, das muss man auch sagen. Ja und auch das Equipment wäre dann ja ein weiterer Punkt, was ja eigentlich in der Regel gar nicht zur Verfügung steht, also recht auf theoretischer Ebene gefragt, aber trotzdem interessant glaube ich und im Nachwuchsleistungssport, wo es dann zur Verfügung steht, ja dann auch wieder mehr relevant. Nun hat sich so ein bisschen, ja haben sich so zwei Gegenspieler aufgemacht, einmal das spezifische Training und das Polisportive, worüber du ja auch gesprochen hast, dass das sehr sinnvoll ist und nun hast du gesagt, dass man sich überlegen sollte, mit welchem Ziel trainiert man etwas und inwiefern entspricht das überhaupt dem Anforderungsniveau und das steht da jetzt so ein bisschen vielleicht dann im Widerspruch vermeintlich erstmal zu der Polisportiven Ausbildung, wo man dann vielleicht sagt, okay jetzt schwimme ich auch mal mit Fußballern oder keine Ahnung, geh mal in eine Kampfsportschule und lass die da mal was machen, also wie ist da jetzt genau das Verhältnis zueinander, wenn man sagt, mit welchem Ziel gehe ich da ran? Das ist eine total coole Frage und die ist wirklich wichtig, wir haben mit dem Sportgymnasium Jena hier, da ist der verantwortliche Fußballmännlich, der Herr Dreidl und der Christian Korotz für den weiblichen Bereich, haben wir vor anderthalb Jahren ein Konzept genau vor diesem Hintergrund gemacht, weil das ist sicherlich eine Ausnahmesituation, weil es halt ein Sportgymnasium bedeutet, ja ich habe ein zusätzliches leistungsorientiertes Training, aber da ist genau das gleiche Problem gewesen, dass eben, wenn zu viel permanent spezialisiert trainiert wird, ist letztendlich das zusätzliche Training dann einfach nur noch ein weitergeführtes Mannschaftstraining. Das führt aber langfristig nicht zum Erfolg, weder zum sportlichen Erfolg, noch zur Verletzungsprävention, wie man das beobachtet hat und es macht vor allen Dingen eins, es macht müde im Kopf, wenn ich keine Alternativen dazu habe und da haben wir so ein multisportives Konzept entwickelt, das mehrere Komponenten beinhaltet und wir sind dort so vorgegangen, dass, wenn man sich mal anschaut, international oder auch im deutschen Raum gibt es gute Arbeiten, die zeigen eindeutig frühzeitige Spezialisierung, das heißt also bis beispielsweise in der U17 80, 90 Prozent mit Ball im fußballspezifischen Kontext, führt auch zu frühzeitigem Erfolg, aber nicht zu spät. Das heißt, die Kinder und Jugendliche werden frühzeitig vielleicht den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum schaffen oder die schaffen was weiß ich von einem Nachwuchsleistungszentrum von Jena nach Wolfsburg oder nach Stuttgart oder wo auch immer hin, aber die Erfahrung zeigt, dass viele auch wieder zurückkommen. Das sind nicht die, die dann später dort landen und das ist glaube ich ein Trugschluss. Das heißt, frühzeitige Spezialisierung führt nicht zum frühzeitigen Erfolg und das gilt im Übrigen nicht nur für Fußball. Da gibt es eine sehr gute Arbeit von dem A.G. Emrich und von dem Arne Güllich, die das einfach gezeigt haben, dass zum Beispiel die, dass die, ich suche das gerade nochmal raus, dass ich auch die Zahlen jetzt erstmal gut präsentieren kann oder gut erzählen kann. Also die, die haben eindeutig gezeigt, dass höhere Trainingsumfänge außerhalb der Zielsportart, also nicht Fußball würde das bei uns heißen, mit späterem Erfolg assoziiert ist. Und wir machen eigentlich im Nachwuchs, in der Nachwuchsausbildung das Gegenteil. Ich weiß, dass die DFB-Akademie und dass die DFB das da auch versuchen, konzeptionell heranzugehen an diese Sache, aber das ist im meisten Bereich im Nachwuchsfußball spielt das keine Rolle. Das heißt, da muss man wirklich ein Augenmerk drauf legen. Schaut man in andere Sportarten wie zum Beispiel Rugby oder American Football, da ist es oft so, dass ein Großteil der Spieler, die dort spielen, die erfolgreich sind. Also es gibt Statistiken, wo, sag ich mal, zwei Drittel bis drei Viertel der Spieler nie in dieser Zielsportart begonnen haben. Die kommen aus ganz anderen Sportarten und kommen sozusagen dort hinein. Und man hat eben, man denkt eben, ja, wenn ich ganz früh anfange und ganz früh speziell bin, dann ist das am Schluss auch fertig. Da bleibt aber eben viel auf der Strecke, da bleibt auf der Kopf auf der Strecke, weil das mental nämlich auch ermüdend sein kann. Da bleibt zum zweiten Verletzungen auf der Strecke, also die kommen, weil eine frühzeitige Spezialisierung heißt ja, es schränkt die Varianz ein. Also es schränkt die Variabilität ein. Das heißt, einer, der ganz frühzeitig auf rechts festgelegt wird, der wird mit links, also ich meine nicht den rechten Fuß, sondern auf die rechte Außenbahn beispielsweise, der wird sozusagen dort auf der rechten Seite sich einspielen und wenn der mal links spielen soll, kann es sein, dass er sich eher verletzt, als wenn er rechts spielt. Und diese, sag ich mal, Dinge, die sind schon da und die tragen sicherlich auch dazu bei, dass Verletzungen in dem Nachwuchsbereich nicht selten sind und man muss eigentlich damit rechnen, wenn man sagt, mein Kind will Fußballer werden oder Fußballerin, dass es über die Zeit, so es denn dabei bleibt, zwischen der fünften Klasse und der zwölften, dreizehnten Klasse mindestens ein bis zwei durchaus auch schwerere Verletzungen erleiden wird. Und der Wunsch ist, dass man das durch multisportive Komponenten abfahren kann oder dass der Reha-Prozess dann schneller geht. Und deshalb gibt es in der Empfehlung ganz klar, dass wenn man jetzt mal chronologisch denkt, nicht biologisch, da lässt sich es manchmal besser vorstellen, dass eigentlich die allgemeine Grundausbildung, die so siebte, achte, neunte Lebensjahr, die hat eigentlich 100% allgemeine athletische Inhalte. Und das heißt also, das sind auch allgemeinathletische Inhalte, wo der Ball eine Rolle spielt. In Jena ist hier, es ist von Ninho Konzept sozusagen relativ weit etabliert, würde ich sagen, in dem Nachwuchsbereich. Das macht hier das Wunhertrampf. Das wird sehr gut umgesetzt, wo aber auch diese allgemeinathletischen Inhalte davor, danach und in Kombination eine gute Rolle spielen. Und dann hat man ein Grundlagentraining und dieses Grundlagentraining ist so zwischen 9 und 12 und 13. Da hat man immer noch 70 bis 90% allgemeine Athletik und dann 30 bis 10 spezifische athletische Inhalte. Und diese spezifischen und das ist so in etwa auch das Verhältnis, wo es dann beginnt, eigentlich, sage ich mal, so grob, die Hälfte sollte spezifisch mit Ball sein und die Hälfte eben auch ohne Ball. Das heißt ja, nicht, dass man auf dem Fußballplatz nicht auch was machen kann ohne Ball oder mit dem Ball in einer anderen Form sozusagen. Und dann hat man die richtige 50-50-Situation, die taucht so in dem Alter so bis 15, 16 etwa auf. Bei den Mädels sind die kleinen Ticken eher manchmal, wo man etwa die Hälfte hat und danach wird das Ganze spezifischer. Und unsere Systeme sind meistens davon geprägt, dass gerade von den frühen Jahren schon sehr spezifisch trainiert wird. Und also sogar positionsspezifisch teilweise. und das ist der eine Punkt, was spezifisch anbetrifft. Der andere Punkt, den ich mindestens für genauso wichtig erachte, ist, dass eine individuelle Qualität einer Spielerin eines Spielers, also die individuellen Stärken, da gibt es immer einen Bias drin, weil meistens der eine Trainer, der an der Mannschaft ist, der vielleicht zwei Jahre an der Mannschaft ist, der denkt, dass der das sozusagen erkannt hat und damit mit diesem Bias wären die auch in diesen Richtungen immer nur entwickelt. Und es ist eigentlich kaum verständlich, warum nicht sozusagen die Trainer auch nach ihren Expertisen in der Woche, wenn man zwei, drei Trainingseinheiten hat, einfach mal wechseln. Man hat schon am Wochenende seine Mannschaft beisammen, aber der Input von einem anderen Trainer wird plötzlich ein anderes Individuum bezogen auf spezifisch auch ganz anders entwickeln können. Und dieses einfache Modell, das wird ja beispielsweise in der, oder wurde, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, in La Masia, in Barcelona gemacht, dass eigentlich die Bindung eines Spielers, einer Spielerin an einen Trainer bis auf vielleicht einmal die Woche gar nicht stattfindet. Sondern da geht es darum, das breit auszubilden. Und bei uns ist das oft so, dass das nicht der Fall ist, sondern ich habe eigentlich eine Connection zwischen Spieler und Trainer und die führt dazu, dass es schon schnell hochspezifisch wird. Weil der eine Trainer sieht in dem eben und sagt, das wird mal ein ganz klarer Sechser. Das wird mal ein ganz klarer Stürmer. Und diese Prägung führt aber dazu, dass genau diese multisportiven Inhalte unter den Tisch fallen. Vielleicht wird er das, aber vielleicht hat er auch ganz andere Kompetenzen und Fähigkeiten. Und das geht eben verloren. Und deshalb ist da, wie kann man das aufbrechen, indem man die multisportiven Anteile hochhält. in jeder Trainingseinheit sollte ein gerne auch mit Ball, aber nicht fußballspezifische Komponente dabei sein. Und man sollte auch den Mut haben, einfach die Trainerin oder Trainer mal zu wechseln, weil dadurch die Kinder und Jugendliche profitieren und plötzlich auch einen ganz anderen Blick bekommen. Weil der eine war eben früher Stürmer und der kann jetzt vielleicht die Defensive ganz anders coachen, aber die in der Defensive haben vielleicht die größten Ressourcen in der multisportiven Ausbildung, weil sie halt sozusagen immer in Verteidigungssituationen kommen. Und der Trainer hat aber gar nicht die Fähigkeit dazu. Der kann es zwar so im Grundsätzlichen, aber das ist halt eine weitere Komponente. Also so würde ich das eher denken, muss ich sagen. Man sollte dort wirklich aufpassen und wegkommen, weil neben dem, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich auch die Prävention von Verletzungen eine ganz wichtige Komponente. Und da habe ich so ein paar Aspekte, die, glaube ich, wichtig sind, die auch mit Spezifik schon zu tun haben. Man kann sich so grob merken, dass etwa, und das ist eine große, ich glaube, britische Studie ist das gewesen, von Brenner et al., die haben halt das mal so auf so einen Chart zusammengefasst in ihrer Studie. Und da ist eine Prämisse ein bis zwei Tage Regeneration pro Woche. Aber nacheinander ein bis zwei Tage Regeneration. also von mir aus Dienstag, Mittwoch oder so was. Der zweite ist, dass sozusagen zwei Monate im Jahr kein sportartspezifisches Training. Das wir gehen im Nachwuchsbereich jetzt. Zwei Monate im Jahr kein sportartspezifisches Training. Kann sich jeder selber fragen, mache ich das eigentlich? Und wenn man merkt, was der Effekt ist von so einem nicht sportartspezifischen Training, die Kinder, Jugendlichen kommen ganz anders wieder. Die haben wieder Bock, sozusagen. Die haben andere Prägungen. Integration von präventiven Maßnahmen, Übungen und Training und in spezifische Regenerationsmaßnahmen nach Wettkämpfen. Machen wir ein Beispiel nach dem Fußballspiel, auch im C-Jugendbereich, erstmal auswärts gewesen, dann wird das mit die Fahrgemeinschaften oder Busse werden organisiert, die Eltern fahren teilweise. Aber Regeneration ist dann oft das Auslaufen barfuß, zwei Runden und das war's dann. Dann geht's halt in Busse. Und ich sage ich mal, eine einfache Form, die man sicherlich denken kann, ist, jeder Spielerinnen und Spieler hat Stutzen, mindestens zwei haben die meistens, einen ist im Spielsatz, einen haben sie zu Hause und als Regenerationsmaßnahme ist doch kein Problem, wenn ich eine Stunde im Auto sitze, so eine Art Stutzen als Kompressionsstrumpf zu nutzen und den dann auf dem Helmweg einfach anzuziehen. Eine der simpelsten Sachen. Zweite wichtige Sache, Ernährung nach dem Spiel. Das heißt also, dort ein sanft kohlenhydratreiches als eine Scholle, wenn es geht ohne Kohlensäure, aber Apfelsaftscholle, Hälfte Wasser, Hälfte Saft, auch ein Energieriegel, das sind Sachen, die man auf dem Heimweg auch zu sich nehmen kann und auch sollte. Und man sollte sich im Klaren sein darüber, dass man auch eine Belastungssteuerung nach Wettkämpfen hat, wenn ich weiß, es war ein extrem erschöpfendes Spiel, auch in einer C oder in einer E-Jugend. Die Kinder mental, die sind am nächsten Tag und wollen wieder, sozusagen. Aber die müssen eben auch mitbekommen, dass ein Tag Pause, wo sie kein Fußball spielen, wo sie Fahrrad fahren, schwimmen gehen, klettern gehen, andere Dinge machen, für mich aus Handball spielen, Basketball spielen, aber kein Fußball spielen, dass das für sie ein Gewinn ist. und da ist es so, dass die Belastungssteuerung, das ist Aufgabe der Trainer, das zu erkennen. Wie gehe ich jetzt damit um? Dann gibt es so eine Maßzahl, die auch angeben worden ist, es sollte nie mehr trainiert werden, als das Alter in den Jahren bis zum 16. Lebensjahr. Also so ein 15-Jähriger sollte nie mehr als 15 Stunden Training haben. Und das haben wir vorhin gehabt, sportartspezifisch sollte von den 15 Stunden bei einem 15, also 15, 16-Jährigen dann etwa die Hälfte bis zwei Drittel sein, der Rest aber eben nicht. Und das heißt dann nicht, dass man sagt, naja, pass auf, deinen Sit-Ups und deine Athletik kannst du dann zu Hause machen. Nee, das gehört, wenn ich es gut anleiten will, auch in die Einheit rein. Natürlich, ein U17-Spieler, U19-Spieler hat zu Hause auch noch was zu tun. Aber man kann natürlich auch den athletischen Teil von 10, 15 Minuten mitgeben. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, das ins Training zu integrieren im Nachwuchsbereich. Weil da ist ja der Trainer, der Kompetente, der Fehlerbilder korrigiert, Ausführungen und so weiter. Also die Verletzungsprävention spielt dort eine große Rolle. Und auch dann, man kann ja Verletzungen auch als Kontaktverletzung nicht vermeiden. Im Übrigen sind aber im Nachwuchsbereich über 50 Prozent nicht Kontaktverletzungen. und da muss man sich Gedanken machen, wo kommt die her? Und diese Nicht-Kontaktverletzungen haben oft mit einer unzureichenden Athletik zu tun. Mit einer schlechten Erwärmung oder einer schlechtesten, mag ich nicht, aber mit einer unangepassten Erwärmung an die Situation. Es kann ein Training sein, es kann aber auch ein Spiel sein, ein Turnier sein, ein Hallenturnier beispielsweise. Hallenturniere, weiß nicht, wie das so ist, hoffentlich wird es die dann auch wieder geben, aber beim Hallenturnier ist halt wichtig, dass ich trotzdem eine kurze Aktivierung vor jedem Spiel habe. Dass ich während der Wechsel genug zu trinken habe draußen. Dass wenn die über die Bande kommen, gleich die Flasche da steht und dann wird kurz getrunken und dann müssen sie ja schon wieder rein. Das sind so Kleinigkeiten, die sind alle machbar und die kosten Gedanken. Ich fand auf jeden Fall den Aspekt mit den verschiedenen Trainern sehr interessant, dass man eben nicht die Bindung nur zu einem Trainer hat, sondern es da ja vielleicht auch verschiedene Spezialisten gibt, die dann an verschiedenen Trainingsinhalten arbeiten. Das fand ich sehr spannend und dann habe ich noch zwei Rückfragen zu den zwei Monaten nicht sportartspezifischen Training. Also du sagtest dann auch schon, dass sie dann motiviert zurückkommen. Also habe ich es richtig verstanden, dass die zwei Monate dann auch am Stück sein sollen? Das sollte normalerweise nach dem Ende einer Saison am Stück sein. So ist das gedacht an den Empfehlungen und das funktioniert auch, das macht auch Sinn. Bei den meisten würde das gehen. Gerade bei denen, wo man aber sagt, das sind Talente, die kommen besonders weit, gibt es oft Konflikte diesbezüglich. Also wenn man so denkt jetzt, wir machen ein Gedankenexperiment jetzt und das ist wichtig, weil die sind natürlich zur Auswahl. Dann werden sie dort gebraucht und dort gebraucht und die merken gar nicht. Also die Frage ist immer, wer hat die Belastungssteuerung dieser Spieler im Blick? und meistens hat es niemand im Blick und sie selber können es gar nicht richtig reflektieren. Und was passiert ist, dass die zunehmend über die Zeit immer abbauen. Und wir sehen das auch hier bei uns in Jena, dass dann, wenn man solche, sag ich mal, wirklich talentierten und fleißigen Spieler hat, dass die einfach im Kopf dann, also das Problem ist, der Kopf kommt dann zuletzt zum Tragen und wenn die dann aber im Kopf mental ermüdet sind, gibt es verschiedene Konstrukte dafür, dann funktioniert das nicht mehr, dann sind die nicht mehr in der Lage, im Spiel eine kreative Leistung zu organisieren, sie sind nicht mehr in der Lage, sich gut zu positionieren, die Bälle und so weiter. Und diese Phase, dafür gibt es schon einen sensiblen Bereich aus meiner Sicht, bei diesen durchaus talentierten Spielern, wo man darauf achten muss, dass die wirklich Minimum einen Monat keinen Fußball spielen, aber das ist wirklich das absolute Minimum und das muss man mit denen auch besprechen, weil sonst ist genau die Prämisse, frühe Spezialisierung, früher Erfolg und es gibt für diese, die Trainer, die versuchen dort das im Blick zu halten, wie ist deren Beanspruchung und deren Belastung, der müsste ja eigentlich einen permanenten Austausch und Protokoll mit dem Spieler haben und wenn ihr das mal macht bei euch oder mal einfach die pro Spieler das Training und die Spiele mal zusammenschreiben pro Woche und das macht man dann mal bei den Talentierten, nicht Talentierten, dann stellt man oder bei denen, die, sag ich mal, in eine Auswahl kommen oder in dem Turnier mitfahren, dann müssen sie bei der U15 in der U17 mitspielen und dann aber auch noch in der U15 mitspielen und das summiert sich so ganz schleichend auf, weil das gar keiner im Blick hat, was das für das Individuum bedeutet und das sagt natürlich nichts, weil das führt sich geehrt ab, dass es jetzt in U17 spielen darf und so weiter, aber das rächt sich am Ende meistens, weil es einfach ein, ich würde fast sagen, exponentiell wächst das Problem dann und dann bricht es ganz schnell ab und dann sagt jeder, das kann doch gar nicht sein, der war doch letztes Jahr noch so gut und so weiter und dann kommt es, der hat keinen Bock mehr oder er hat eine Verletzung halt, weil das System das nicht ausgehalten hat und da ist dann natürlich Athletiktraining auch, das geht dann los, da kommen die ersten kleinen Verletzungen und dann wird meistens am Athletiktraining gefeilt. Dann verschieben sich ganz automatisch die Anteile und dann versucht man eigentlich, etwas Unmögliches, man versucht nämlich den Gesamtumfang, die Gesamtintensität zu kompensieren und das, was man mittlerweile aber sieht in Premier League zum Beispiel oder auch, ich weiß nicht, wie das jetzt sich in Deutschland entwickelt, dass dann einfach kaum noch trainiert wird, sondern die Spiele sind im Prinzip das Entscheidende. Das findet man leider im Nachwuchs nicht, das müsste es aber manchmal auch so sein, weil dann hat man am Mittwoch ein Spiel, was irgendwie verschoben worden ist, dann hat man am Freitag oder fährt man dann zum Spiel für Sonnabend, dann hat man, da gibt es auch so eine Dichte und es ist ein Trugschluss, dass die einfach mehr vertragen, die Kinder, mental wollen die immer, das ist aber das falsche, der falsche Gradmesser und da entstehen eben auch die Probleme, deshalb sind diese zwei Monate so wichtig. Du hast schon gesagt, wer hat die Belastungssteuerung im Blick, um da dann nochmal auf die verschiedenen Trainer zurückzukommen, einfach als Anmerkung für die Zuhörer, ergibt sich daraus natürlich, dass da eine sehr gute Kommunikation wichtig ist, weil wenn jetzt am Montag Trainer X trainiert und am Dienstag Trainer Y und Trainer Y weiß nicht, was X gemacht hat, dann wird es natürlich schwierig, also in der Sache an sich steckt sehr viel Potenzial, aber sie muss dann auch in der Praxis gut umgesetzt werden und dann ist da, glaube ich, ziemlich viel mit drin. Meine zweite Rückfrage bei den zwei Monaten nicht sportartspezifischem Training war, du hast gesagt, es bezieht sich jetzt auf die jüngeren Altersklassen, also von welchem Altersbereich genau sprechen wir da jetzt? Vom nicht sportartspezifischen Training? Also diese, dass man das macht, dass man zwei Monate am Stück nicht... Ach so, das macht man schon eigentlich bis U17, U19, ist das schon so, also bis zum Übergang in den Leistungsprofi-Bereich, so würde ich sagen, da sind diese zwei Monate, ein bis zwei Monate, ich bleibe bei zwei Monate, weil das sowieso weniger werden meistens, wichtig. Und das geht auch meistens, wenn man ehrlich ist, das geht auch meistens. Vielleicht noch eine Anregung, wir haben, also was ich wirklich empfehlen kann, ist die VBG-App, diese VBG, also von der VBG gibt es eine App und diese ist kostenlos, wo sich Vereine auch anmelden können und die haben wirklich ganz einfache Beanspruchungsdokumentationen. Das heißt, die Spieler haben die VBG-App auf ihrem Handy, und geben sozusagen am Morgen ein, mein muskulärer Zustand ist von 0 bis 10 so, mein Schlaf war so und so weiter. Dass das am Anfang immer erst mal schief geht, ist völlig klar, das ist aber nicht das Ding, das ist immer so und dann irgendwann, wenn man vertrauensvoll miteinander arbeiten kann, kann man das relativ gut nutzen und dann sieht man anhand von einfachen Größen, dass dort bei dem einen Spieler, der im roten Bereich rutscht und da lohnt es sich dann, mit dem mal zu sprechen. Und das Nutzen haben wir hier schätzen gelernt, diese VBG-App, die genau aus dem Grund auch entwickelt worden ist, um die Beanspruchung wirklich zu dokumentieren, weil das im Nachwuchsbereich leider kaum stattfindet. Finde ich einen sehr interessanten Hinweis. Ich hatte auch mit Nico Koch, das ist der Gast, der auch auf die King-Studie hingewiesen hatte, darüber gesprochen und der hatte gesagt, er trainiert eine Damenmannschaft und dass er es vor dem Training dann wohl so handhabt, dass er die erstmal nach ihrem Zustand fragt und also mit Fingermethode hat er glaube ich gesagt, also Daumen hoch, zur Seite und runter. Wobei du da natürlich den Nachteil hast, dass du es erst am Platz selbst erfährst. Da sehe ich jetzt nochmal den großen Vorteil dieser App, dass du eben schon vorher dein Training planen kannst und dann dieses Feedback nicht erst vor Ort bekommst. Aber das Grundprinzip finde ich auf jeden Fall sehr gut. Bevor wir nun zur Abschlussfrage kommen, auch derselbe Gast hatte darüber gesprochen, er hatte das so ein bisschen in Frage gestellt mit dem Krafttraining, wobei das ja jetzt auch ein sehr allgemeiner Begriff ist, wie wir schon festgestellt haben. Inwiefern es da wirklich einen direkten Übertrag auf das Spiel auf dem Platz gibt? Also er hat so ein bisschen von einem indirekten Übertrag gesprochen. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel Krafttraining mache, Übung X, die sorgt dafür, dass ich weniger verletzungsanfällig bin, dadurch kann ich mehr trainieren, habe keine Trainingsrückstände und bin dann indirekt besser. Das war so das, was er gesagt hat. Und dann hat er auch zum Beispiel, um jetzt nicht ihn komplett falsch wiederzugehen, er hat auch gesagt, dass ein Ausfallschritt zum Beispiel ja ziemlich sportartspezifisch ist. Also da scheint er ja irgendwie dann schon einen Sinn zu sehen. Aber er hatte das so ein bisschen in Frage gestellt, wie groß da jetzt wirklich so ein Übertrag von Krafttraining auf das Spiel, auf dem Platz ist. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen. Wenn man jetzt das Krafttraining, wir haben ja jetzt vorhin schon unsere Differenzierungskiste aufgemacht und wenn man jetzt das handelbasierte Training sieht letztendlich oder das maschinenbasierte Training, dann ist es tatsächlich so, dass es in Studien sehr fragwürdig ist, dass das transferiert werden kann auf das Spiel, weil die Antwort ist immer, das Anforderungsprofil der Sportart ist entscheidend. Und wenn dort die Kniebeuge im Anforderungsprofil nicht auftauchen, kann das in einer spezifischen Form mal eine wichtige Rolle spielen. Aber das wird nicht sich im Anforderungsprofil einer Fußballerin, eines Fußballers auf dem Platz wiederfinden. In dem Anforderungsprofil wiederum ist es ganz wichtig, dass Rumpfstabilität, Kniestabilität, Achsenstabilität eine Rolle spielen. Das Abrollverhalten, die Allgemeinathletik, die Körperathletik eine Rolle spielt. Und der Transfer ist da, weil Zweikampfsituationen anders gelöst werden. Das heißt nicht, dass man sozusagen ohne, also dass man, sage ich mal, sich mit mehr Risiko in die Situation begeben kann. Das heißt, man steht stabiler, man kann seinen Körperschwerpunkt besser organisieren, man kann auch mal ab, wenn man sozusagen einen Kick kriegt und rollt ordentlich ab und bricht sich nichts und so weiter. Und diese, das sind meistens Körperathletik-Sachen, Rumpfstabilitätssachen, mit den elastischen Bändern, diese Sachen, da ist der Transfer schon da. Und die kann man ja auch spielnah trainieren. Das ist ja kein Problem. Ich meine, mit diesen elastischen Bändern kann man spielnah tatsächlich den Verteidigungen, also Innenverteidigung oder Außenverteidigung oder Spieler überhaupt permanent unter, sage ich mal, unter Instabilität bringen. Und in dieser Instabilität lernt derjenige, sich zu bewegen. Und der Effekt zum Beispiel, wenn man das macht und das Band jetzt wegnimmt und macht die gleiche Situation, ist für die wie ein Aha-Erlebnis. Weil die plötzlich merken, dass sie die Situation viel besser bewältigen können, weil sie einfach gelernt haben, vorher unmittelbar rechts, links und so weiter stabil zu sein. Also der Transfer ist da, aber das Handel-basierte Training, wie gesagt, in Abhängigkeit vom Anforderungsprofil ist es weniger da. Wenn man jetzt RTC, also Return to Competition oder nach Verletzung Wiedereinstieg betrachtet, da ist der Transfer schon da, weil da kann es sein, dass ich beispielsweise Muskelfarceris in den Hamstrings, ich auch Nordic Hamstrings mache als Übung und dann tatsächlich auch in eine Kniebeugsituation komme, um wieder diese in eine bestimmte Stabilität zu bekommen und danach kommen halt wieder andere Formen, wo ich das aufhöre. Aber da spielen diese Komponenten eine Rolle, weil da der Übertrag zum nächsten Schritt schon da ist. Die Zuhörer einmal die Hamstrings jetzt unter dem Namen nicht kennen, damit ist die Oberschenkelrückseite gemeint und hast du schon gesagt, also über dieses Krafttraining mit Gewichten, mit der Hantel hast du gesprochen und also so wie ich es jetzt kenne, ist es ja so, dass Kraft erstmal eine Grundvoraussetzung für ganz viele sportliche Muster ist, wie das Springen oder das Sprinten und da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken mit diesem Übertrag dann wirklich auf den Sprint und auf das Springen. Also so wie ich es von Athletiktrainern gehört habe, ist es schon so, dass es Sinn macht mit Gewichten da eine Basis zu schaffen, aber dass das allein dich jetzt nicht schneller oder höher springen lässt, sondern dass es dann eben den Sprint als Trainingsübung braucht und den Sprung selbst auch und es dann eben diese Kombinationen bedarf. Könnte man jetzt trotzdem diese Kraft als Voraussetzung auch ohne ein Hantel-basiertes Training erreichen? Was wären da Alternativen? Also erstens ja, es ist ein Muss, die Kraft als Grundvoraussetzung zu erreichen und da sind am Anfang wirklich, wie wir es auch gesagt haben, erstens gleichgewichtsorganisierte Übungen. Da brauche ich ja auch Kraft dazu. Also wenn man mal sage ich mal auf der Stelle steht und hüpft oder springt nach vorn auf einem Bein, stabilisiert das, geht wieder zurück, geht aufs andere Bein, dass wenn man das 30 Mal macht pro Seite, dann wird man schnell feststellen, dass dort nicht genügend Kraft da ist, um das 30. Mal auch im Zehjugendbereich auch zu stabilisieren. Also das ist wichtig, dort spielt das keine Rolle, wenn man, also dort spielen eine, also diese Stabilisierung aus der Bewegung heraus mit dem Körpergewicht, ist viel wichtiger als jeges Handeltraining. Das muss man, also als jegliche Kniebeuge sozusagen, die ich mache. Nichtsdestotrotz kann die Kniebeuge technisch vorbereitet werden für die spätere Zeit. Das kann schon wichtig sein, weil man darf nicht vergessen, ein bis zwei Verletzungen wird jeder haben, vielleicht sogar mehr. Das heißt also, der Übertrag zu verstehen, dass Kraft eine wichtigste, also die koordinativen Fähigkeiten ist, Kraft aus der Schnelligkeit, Koordination, Beweglichkeit und Kraft ist eine Grundkomponente und vor allen Dingen in Kombination am Anfang mit Gleichgewicht, mit Reaktivkraft, also schnell Kraft zu produzieren und dann später durchaus auch mit externen Lasten. Aber das sind immer die Basis dafür, dass in der Zielsportart das funktioniert. Man sieht das oft relativ gut, ob jemand dort eine gute Ausbildung hat, wenn man sich die Füße anschaut von den Kindern und Jugendlichen ohne Fußballschuh, barfuß auf dem Rasen. Und wenn man die Füße stehen sieht und man sieht, dass das Sprunggelenk nach innen wegkippt, dass es sozusagen nach innen reinkippt oder die Knie, Augen, wenn man die Kniescheibe als Augen sieht, die Knie nach innen schielen und nicht in der Beinachse stehen, dann ist dort als allererstes eine technische Seite notwendig, ein zielgerichtetes Krafttraining in dieser Achse mit dem Körpergewicht, ohne große Zusatzlasten, weil sonst verschlimmert sich das oft. Sonst geht man dann bei einer Kniebeuge genauso nach innen und fällt zusammen und dann hat man die zwar geschafft und kann in dieser Situation Kraft produzieren, aber die Scherkräfte und Probleme im Kniesprunggelenk sind da. Also diese Beurteilung, ob jemand dort gutes Reaktivkrafttraining, gutes Gleichgewichtstraining hat und das geht eben nur ohne, meistens ohne Fußballschuhe am besten, das sieht man an den Füßen und die werden halt da oft leider zu früh eingesperrt. Dann kommen wir nun zur Abschlussfrage, die ich schon angekündigt habe, das ist immer dieselbe, natürlich aufs Thema bezogen und da frage ich immer nach den Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer in Bezug auf das Thema. Genau, also was wären deine drei? Der erste Tipp wäre, dass man über das Gleichgewichtstraining körperorientierte Training, also Körperkraft, athletische Training zum Reaktivkrafttraining und dann zum Freihandel und dann zum Handel- und Maximalkrafttraining geht. Das ist also eine Linie und da sprechen wir jetzt über einen Zeitraum von einer 5- bis 6-7-Jährigen bis zu einem 19-Jährigen oder einem 19-Jährigen. Der zweite Tipp ist, ausreichend Zeit ohne Fußball, ohne Spezifik des Fußballs, also multisportiv, zwei Monate im Jahr und der dritte Tipp, ausreichend Regeneration, dafür lieber einmal weniger trainieren oder eine Maßnahme oder auf die Schlafhygiene achten, sind ganz wichtige Komponenten, damit man dort halt auch im Krafttraining weiterkommt. Ja, drei gute Tipps auf jeden Fall. Das Thema Schlaf ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema für eine separate Folge. Das ist jetzt glaube ich schon die längste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Danke für deine Zeit auf jeden Fall und ich bin auch schon in Gesprächen mit weiteren Gästen, also für die Zuhörer, da erwartet euch noch einiges und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö. Schlafhygiene Schlafhygiene Schlafhygiene